Friedrich Hebbel Das Bettelmädchen Das Bettelmädchen lauscht am Tor. Es friert sie gar zu sehr. Der junge Ritter tritt hervor. Er wirft ihr hin den Mantel und spricht. Was willst du mehr? Das Mädchen sagt kein einzig Wort. Es friert sie gar zu sehr. Dann geht sie stolz und glühend fort Und lässt den Mantel liegen Und spricht Ich will nichts mehr.